Die Malta-Kraftwerke sind eine Reihe von Wasserkraftwerken im österreichischen Bundesland Kärnten, bestehend aus der Oberstufe mit dem Speicher Köln-Booein und der Haupt- und Unterstufe. Betreiber ist die Verbund-Hydro Power AG. Geschichte Das Malta-Projekt hatte eine jahrzehntelange, von verschiedenen Varianten geprägte Vorbereitungszeit. Schon in den 1930er Jahren beschäftigten sich die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft und in weiterer Folge die Alpen-Elektro-Werke AG mit den Nutzungsmöglichkeiten der Abflüsse des Molter-Tails. Anfang der 1950er Jahre setzte die österreichische Draukraftwerke AG im Zuge der Neuorientierung der Elektrizitätswirtschaft die Studien fort. Die Wasser- und Energiewirtschaftlichen Untersuchungen ließen erkennen, dass das innere Malter Tal zu den niederschlagreichsten Gebieten Kärntens zählt. Das Einzugsgebiet weist starke Vergletscherungen auf die eine wertvolle Abflussreserve in trockenen Sommern darstellen. Außerdem wird es vom Wettergeschehen sowohl nördlich als auch südlich des Alpenhauptkammes beeinflusst. Aufgrund vergleichender Untersuchungen sollte das nahegelegene und damals im Bau befindliche Winterspeicherkraftwerk Reise Kreuzeck durch, bei Leitung einiger Malter Nebenbäche erweitert werden. Das Ergebnis lag schließlich in der Form eines baureifen Projektes zur Nutzung der Malter und der Großbäche in einer eigenen, drei Stufen umfassenden, Kraftwerksgruppe vor. Ab 1957 untersuchten Geologen unter Grund- und Talflanken nahm vorgesehenen Standort der Köln-Bereinsperre. Bis zu 80 Meter tiefe Bohrungen wiesen das Gestein als stabile Basis und Widerlager für die größte Talsperre Österreichs aus, die in den Jahren 1971 bis 1978 aus 1,6 Millionen m³ Beton gegossen wurde. Eine horizontal und vertikal gekrümmte Gewölbemauer, die wie eine um 90 Grad gekippte, flache Kuppel gegen den festen Fels verspreizt ist. Dieses Gestaltungsprinzip kommt mit erheblich weniger Baumese aus als jedes andere Stauwerk von gleicher Stabilität und spart damit auch. Baukosten 1979 erreichte der Köln-Bereinspeicher erstmals den Vollstau, der die Talsperre durch den Wasserdruck einer Gesamtkraft von 5,4 Mill Tonnen aussetzt und an der Sperrenkrone projektsgemäß um 12 cm Tals auswärts verformte. 1978 signalisierten rund 400 eingebaute Messstellen Probleme. Wasser drückte durch Risse an der Basis der höchsten Sperrenblöcke Ursache nach Urteil der Experten. Über Beanspruchung des Sperrenbetons entlang der Aufstandsfläche infolge der in diesem Bereich wirkenden Horizontalkomponente des Wasserdrucks. Verstärkt durch einen unerwartet hohen Unterschied im Verformungsverhalten von Talsperre und Gebirge. In einem aufwendigen Verfahren wurde die Mauer von 1989 bis 1992 nach einem Projekt des Schweizer Sperren-Experten Giovanni Lombardy und nach Genehmigung durch die Staubeckenkommission saniert. Auf der Talseite wurde ein 65 Meter hohes und 70 Meter breites Stützgewölbe aus 500.000 Kubikmeter Beton und 150.000 Kubikmeter Schüttgut errichtet. Die wasserseitig gelegenen Risse wurden mit Zement- und Kunstharzinjektionen abgedichtet. Der luftseitig angeordnete Vorbau entlastet die Sperre um etwa 22 Prozent des bei Vollstau wirkenden Wasserdrucks. Mit dieser Sanierung stiegen die Baukosten für die Kraftwerksgruppe Malta um zusätzliche 2 Milliarden Schilling. Am 4. Oktober 1993 wurde schließlich wieder der Vollstau auf Höhenkote 1.902 Meter erreicht und alle bis dahin auf 2.500 erweiterten Messstellen der Talsperre zeigten Stabilität des Bauwerkes an energiewirtschaftliche Bedeutung. Die große Anpassungsfähigkeit des Kraftwerkseinsatzes an die kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfsschwankungen ist das wesentlichste Qualitätsmerkmal der Kraftwerksgruppe Malta. Während 91 Prozent des Wasserdargebotes im Bedarfsschwächeren Sommerhalbjahr und nur 9 Prozent im Winterhalbjahr anfallen, kann durch die Jahresspeicherung der Erzeugungsanteil im Winterhalbjahr von 9 Prozent auf 78,3 Prozent erhöht werden. Durch einen Weltsbetrieb wird kurz- und mittelfristig zu einem weiteren Ausgleich von Bedarf und Dargebot beigetragen. Bei Weltsbetrieb kann bei Leistungsüberangebot Wasser aus der Möll in die Speicher der Hauptstufe und vom Speichergeigenbichel in den Speicher-Köln-Bein hochgepumpt werden, um dann zu Spitzenlastzeiten abgearbeitet zu werden. Die Leistungsspanne zwischen 406 Megawatt-Pumpleistung und 891 Megawatt-Turbinenleistung beträgt damit insgesamt 1.297 Megawatt bzw. rund 12 Prozent der Lastspitze in Österreich. Damit kann durch das Gaw-Malta die elektrische Leistung im Verbundnetz rasch dem jeweiligen Bedarf angepasst werden. Aufgrund der hohen Leistung und der raschen Verfügbarkeit ist Malta in der Lage, bei Ausfällen von Kraftwerken, nicht nur in Österreich, sondern auch über die Grenzen hinaus, wertvolle Hilfestellung zu geben. Oberstufe Die Oberstufe besteht aus dem Speicher-Köln-Bein, der Köln-Bein-Sperre und dem dazugehörigen Kraftwerk Galgenbichel. Speicher-Köln-Bein Der Speicher-Köln-Bein ist das Kernstück der Malta-Kraftwerke. Das direkt in den Speicher entwässernde Gebiet reicht allein nicht aus den Jahresspeicher zur Gänze zu füllen. Aus diesem Grunde werden die Zuflüsse der oberen Lisa und einige Bäche im Bereich des Malta und Göstales auf rund 1700 Meter Seehöhe gefasst und im Vorspeicher Galgenbichel gespeichert. Von dort werden sie in den rund 200 Meter höher gelegenen Speicher-Köln-Bein gepumpt. Zusätzlich wird auch Wasser aus der Mell rund 1300 Meter hoch gefördert und zur Füllung des Speichers verwendet. Die Wasseroberfläche befindet sich bei Vollstau in 1902 Metern über Atria und kann bis auf 1750 Meter abgesenkt werden. Ein voller Speicher stellt für die Malta-Kraftwerke einen Energiegehalt von bereit. Die Staumauer ist eine doppelt gekrümmte Bogenstaumauer mit luftseitigem Stützgewölbe. 2500 Messstellen, davon 800 mit direkter Verbindung zu einem Prozessrechner, überwachen die Staumauer. Punkt, 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 Kraftwerk Galgenbichel Das Prump-Speicherkraftwerk Galgenbichel erzeugt im Turbinenbetrieb mit dem Wasser des Köln-Bein-Speichers elektrischen Strom. Im Prump-Betrieb wird mit Überschussenergie Wasser aus dem Vorspeicher Galgenbichel zur Energiespeicherung in den Speicher Köln-Bein zurückgepumpt. Das Kraftwerk besteht aus zwei Isogyre-Pump-Turbinen in horizontaler Anordnung. Sie treiben zwei Generatoren mit einer Nennscheinleistung von je 70 MVA an. Bei einer mittleren Rohfallhöhe von 198 Meter und mit einer Durchflusskapazität von können Sie entweder bis zu 120 MW elektrische Leistung liefern oder bis zu 116 MW zum Hochpumpen in den Speicher Köln-Bein aufwenden. Das jährliche Regelarbeitsvermögen beträgt 76,0 Millionen KWH. Das Kraftwerk wurde 1977-1978 in Betrieb genommen. Punkt, Punkt, Hauptstufe Die Hauptstufe der Malta-Kraftwerke besteht aus dem Speicher Galgenbichel, dem Speicher Göska und dem Kraftwerk Rottau. Vor Speicher Galgenbichel Das bereits genutzte Wasser des Speichers Köln-Bein und Zuleitungen Hochalbinerbäche werden im Speicher Galgenbichel gesammelt. Dieser hat zwei Sperrbauwerke, einen Kies-Schüttdarm mit Asphaltbeton-Oberflächendichtung und eine Beton-Gewichtsmauer. Ausgleichsspeicher Göska Zusätzliche Speicherkapazität stellt der kommunizierend verbundene, rund 10 Kilometer entfernte Speicher Göska bereit. Dieser liegt auch deutlich näher an den zum Kraftwerk führenden Druckstollen, sodass unnötige Fließhöhenverluste in dem neuen, 4 Kilometer langen Malta-Stollen vermieden werden können. Punkt, Punkt, Kraftwerk Rottau Die Maschinen der Malta-Hauptstufe Rottau in Kolbnitz im Melltal werden von Wasser mit außerordentlich hohem Druck angetrieben, das aus den 1100 Meter höher gelegenen Speichern stammt. Vom Speicher Göska führt der Weg des Wassers durch die insgesamt 9,7 Kilometer langen Gös- und Hattenbergstollen und in einer 1850 Meter lang, zweisträngigen Druckrohrleitung zum Kraftwerk. Das Kraftwerk besitzt vier sechstösige Peltenturbinen in vertikaler Anordnung. Sie treiben vier Generatoren mit einer Nennleistung von je 220 MVA an. Zwei der Generatoren sind Motorgeneratoren, die die beiden vierstufigen und einflutigen Radialpumpen versorgen. Bei einer mittleren Rohrfeilhöhe von 1106 Meter und mit einer Durchflusskapazität von können entweder bis zu 730 Megawatt elektrische Leistung geliefert werden oder bis zu 290 Megawatt durch Hochpumpen in den Speicher zurückgeführt werden. Das jährliche Regelarbeitsvermögen beträgt 715,0 Millionen KWH. Nach Kraftwerksspülungen kam es 2009 und 2015 zu Fischsterben in der Möll-Unterstufe Kraftwerk Mölltal. Im Kraftwerk Malta-Unterstufe wird das Wasser zum dritten Mal innerhalb der Malta-Kraftwerke zur Erzeugung von elektrischer Energie genutzt. Im Ausgleichsbecken Rottau befindet sich das abgearbeitete Wasser aus der Hauptstufe und Wasser aus der Möll. Mindestens dieses Wassers fließen entweder über die Wehranlage Rottau oder durch eine Propellerturbine mit 630 kW Nennleistung in die Möll. Alles weitere Wasser gelangt durch den offenen, rund 2,5 km langen Oberwasserkanal und den Sachsenwegstollen. Bei einer Fallhöhe von 45 m und einem Ausbau durch Flussfonds zur Kraftstation Möllbrücke. Diese liegt 3,9 km Luftlinie vom Beginn und 1,2 km vom Ende des Oberwasserkanals entfernt. Dort wird es über zwei Kaplan-Turbinen mit vertikaler Welle abgearbeitet. Das jährliche Regelarbeitsvermögen beträgt 120,0 Millionen kWh. Das Wasser gelangt noch vor der eigentlichen Möllmündung in die Trau, wo es in Kärntens 10 Laufkraftwerken noch einmal energiewirtschaftlich genutzt wird. Die Möll verliert über den Oberwasserkanal eine erhebliche Menge Wasser, weshalb nur noch ein Bruchteil über das natürliche Flussbett in die Trau mündet. Punkt, 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 Punkt. Touristische Bedeutung Zusätzlich zur Energiewirtschaftlichen hat vor allem der Speichersee Köln-Berein auch touristische Bedeutung. Die 14,3 km lange Malta-Hochalmstraße führt vorbei an spektakulären Wasserfällen, welche in der Nacht versiegen, da das Wasser in die Speicherseen umgeleitet wird. Durch Tunnel gelangt man zum Bergrestaurant und Hotel Malta, direkt neben der Köln-Bereinsperre. Das turmatige Gebäude beherbergt neben Restaurant und 60 Betten auch eine Informationschau über die Kraftwerksgruppe, eine Mineralienschau und eine Informationschau über den Nationalpark Hohetauern. Es dient als Ausgangspunkt für Wanderungen und Bergtouren. Von der Mauerkrone aus werden auch Bungee-Jumping-Sprünge veranstaltet. Der bis zu vier, drei Kilometer lange Speichersee wird in den Sommermonaten außerdem von den Ruderern aus dem Deutschlandachter zum Höhentraining als Vorbereitung auf Weltmeisterschaften und Olympische Spiele genutzt. Untertitelung des ZDF, 2020